Der BMW Active Hybrid X6 ist das weltweit erste Sport Activity Coupé mit Vollhybrid Antrieb. Er ermöglicht ein Fahrerlebnis der besonderen Art. Das Antriebssystem des BMW Active Hybrid X6 besteht aus einem 407 starken V8 Motor mit BMW Twin Power Turbo Technology. Als erste Sport Activity Coupé der Welt kombiniert BMW die atemberaubende Performance eines Sportwagens mit dem Einsparpotenzial modernster Hybrid Technik. Der Schlüssel zu mehr Effizienz bei jeder Geschwindigkeit liegt im perfekten Zusammenspiel von Verbrennungsmotor und Two-Mode Active Getriebe mit zwei Drehmoment starken Elektromotoren. Bis zu einer Geschwindigkeit von 65 kmh kann der BMW Active Hybrid X6 lautlos elektrisch fahren. Zusätzliche Leistung bietet etwa beim Überholen die Boot-Funktion. Dann unterstützen die Elektromotoren kurzfristig den Twin Power Turbo 8-Zylinder Benzinmotor. Deren Stärke zahlt sich auch beim Bremsen aus, wenn Sie bei jedem Bremsvorgang die Hochleistungsbatterien laden.